Ja, ich bin dann schon immer sehr besessen auch von so einem Moment, also ist dann eine Sache, die ich sehe und sehen will und sehen will und sehen will. Ich glaube, es hat mehr mit einer Sehnsucht nach Nähe zu tun, diese Bilder, eine Sehnsucht nach Berührung. Die Serie ist 1997 in New York entstanden, eigentlich in den Straßen von New York und mir war es wichtig, eigentlich in dieser Bewegung der Straße Momente zu finden, die eine Gültigkeit haben für mich. Körper haben mich in dieser Zeit sowieso sehr interessiert und da ging es um diese Körper, die in den Schalen der Kleidung sitzen. Und in diesen Kleidern ist extrem viel abzulesen. Aber am meisten hat mich natürlich auch die Farbigkeit interessiert und deshalb war es für mich sehr wichtig, ausschließlich einfarbige Kleidungsstücke zu fotografieren. Und bin wirklich den Leuten hinterhergegangen und habe versucht, eigentlich wie wir in so einem Tanz auf der Straße genau diese Nähe, genau diesen Moment zu finden, genau diese Nähe zu finden und den Ausschnitt, der richtig ist für diesen Lichteinfall, für diese Farbigkeit, für diese Materialität, für diesen Körper, der darunter liegt. Und so gab es dort bestimmte Straßen, wo ich sehr genau wusste, an bestimmten Ampeln oder an Märkten oder in Chinatown. Also ich hatte so in der Stadt meine Gebiete, wo ich am liebsten fotografiert habe und wo ich eben aus dieser Bewegung heraus gewartet habe auf die Momente, die ich dann festhalten konnte. Und es waren eigentlich wie Berührungen dadurch, dass ich so nahe kommen musste. Ich habe mich nie für ein Muster entschieden, was natürlich dort auch zu sehen war in den Straßen, sondern mir war es wichtig, eigentlich dieses sehr Vertraute und Bekannte, also diese Körper in den Kleidungsstücken zu nehmen, aber dennoch eigentlich gerade durch diesen Ausschnitt, durch diesen Blickwinkel auch wieder eine Abstraktion zu schaffen. Und gerade wenn man so die ganze Serie dieser 30 Fotos anschaut, die ja auch alle nicht so besonders groß sind, dann sind das wie Farbfelder natürlich auch. Von daher ist es für mich immer wichtig, beide Teile in den Bildern zu haben, sowohl dieses Abstrakte als auch natürlich was sehr Nachvollziehbares, was sehr Sinnliches, wo jeder sofort eine Beziehung auch herstellen kann. Nähe, Distanz. Ja, ich glaube, es geht eher um so eine Sehnsucht nach Nähe, die auch vielleicht ein Impuls war, überhaupt diese Serie in dieser anonymen Straßensituation der Stadt zu machen. Und gleichzeitig ist mir aber die Abstraktion und die Distanz und dieses, das ist mir einfach auch extrem wichtig. Diese Balance zwischen diesen zwei Momenten. und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.